Peter Maffay, kurz nach seinem Abschied wird es für alle sichtbar. Peter Maffay ist in Bühnenrente gegangen. Sein Abschiedskonzert in Leipzig war ein Feuerwerk der Gefühle. Doch nur weil Peter Maffay nicht mehr auf Tour geht, heißt das nicht, dass er von der Bildfläche verschwindet. Mit einem neuen Song will sich der 74-Jährige bei seinen Fans bedanken und ein neues Kapitel aufschlagen. Peter Maffay macht seinen Fans zum Tourabschied ein besonderes Geschenk. Mit dem Song Mein Wort will er die lange Reise, die er bis hierher gegangen ist, abschließen. Doch er schaut oft positiv auf die Zukunft. Auch wenn der letzte Vorhang fällt. Ich gehe noch nicht fort. Ich gebe euch mein, mein Wort heißt es in dem Lied. Ein Versprechen von einem Künstler, der immerhin seit über 50 Jahren auf der Bühne stand. Family Songwriting Peter Maffay will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Mit 74 Jahren sei es ihm gegönnt. Mein Wort ist deshalb etwas ganz Besonderes, denn der Song wurde von niemand geringerer als seine Ehefrau mitgeschrieben. Hendrik Jebeismeyer, mittlerweile Maffay, ist seit 2015 mit Peter zusammen. Die ehemalige Lehrerin ist offenbar nicht nur Geschäftsführerin der Tabaluga Enterprises GmbH, sondern auch unter die Songwriter gegangen. Das war aber offenbar nicht der erste musikalische Ausflug für die 37-Jährige. Als Buchautorin feiert sie bereits große Erfolge, die Anouk-Reihe wurde sogar zum Bestseller. Aber bereits bei dem Maffay-Song wann immer hatte Hendrik Jebeismeyer als Komponistin ihre Finger im Spiel. Sowohl privat als auch beruflich sind Peter und seine Liebste offenbar ein Traumpaar. Und ich finde sie auch wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020